Hhhhhhhh Yo, Dicka, was gibt's? Es gibt 35 K-Packs? Ja klar zieh ich die! Und damit wünsche ich euch heute recht herzlich willkommen zu einem kleinen Facecam Pack Opening. Ihr habt es ja schon gehört, es gibt 35 K-Packs, ich werde alle 5 35 K-Packs ziehen. Dann fangen wir einfach mal an, die Packs heißen hier Mega-Cents. Also mal schauen, was wir da so drin haben, 30 Objekte, 26 Gold und mindestens 18 selten, also 18 selten sind drin. Mal schauen, was wir so ziehen, ich hoffe mal, dass wir einen In-Form ziehen, Alaba oder sowas. Das wäre natürlich richtig nice und im ersten Pack haben wir Alex, das kann noch nicht sein. Alex, Sien, keiner der was wert ist, Varane, Santana, nee, 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 Manchester Fitness, Kinder behalten, Heilung auch nochmal. Rasierentrikot nehmen wir uns auch mal mit und die 2000 Münzen sehen wir auch immer gerne und den Rest können wir eigentlich ablegen. 6000 Münzen erhalten wir noch dafür und dann öffnen wir jetzt gleich das zweite Pack davon. Und ich hoffe natürlich, dass wir irgendwas geiles ziehen, Leute. Ich hoffe einfach so sehr, dass wir irgendwas geiles ziehen und im zweiten Pack ziehen wir David-Louis. Ist schon wieder ein 82er, schon wieder ein 82er, den ich natürlich schon im Verein habe. Hier, was mit den Kollegen, der hat eigentlich gar nicht so eine schlechte Torwartwerte. Wir können einfach mal so raufstellen. Hat der vier Sterne, ne, hat auch nicht vier Sterne. Behalten wir uns einfach mal hier den Silberspieler. Äh, äh, äh. Fitnesskarte natürlich immer behalten, Heilungskarte auch. David-Louis haben wir dann ein Duplikat, Marco Sau auch. Und den Rest können wir wieder ablegen. Ja, Leute, ich kann jetzt hier mal ansprechen wegen der neuen Serie. Ähm, Super Mario nähert sich jetzt dem Ende. Ich glaube, wir sind bei der 8. oder 9. Folge. Und es gibt ja davon nur 15 insgesamt. Also noch zwei bis drei Wochen dauert das noch, bis die Serie denn halt endet. Super Mario. Auf jeden Fall habe ich mir ja schon ein paar neue Gedanken gemacht, halt zu einer neuen Serie. Wir öffnen jetzt einfach mal das dritte 35k-Pack, das dritte Megapack. Und wir skippen einfach mal. Ja, und ziehen. Was ist das denn für ein Typ? Valencia. Habe ich ja noch nie gesehen. Behalten uns einmal im Verein. Äh, äh, Farnic. Auf jeden Fall habe ich mir Gedanken gemacht. Vielleicht mache ich eine neue Serie mit dem Beißer. Also mit Luis Suarez. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare. Weinfeller hinten haben wir noch. Obermejan. Zwei von Dortmund. Wieso nicht Marco Reus? Äh, äh. Ja, können eigentlich auch wieder ablegen. Also, wir haben einfach keinen Packlack hier, Leute. Wir haben einfach keinen Packlack. Zwei davon können wir noch ziehen. Vielleicht öffnen wir noch ein paar Premium Gold Packs. Aber, ich denke. Ja, mal schauen. Mal schauen, was wir jetzt hier aber noch ziehen. Wir ziehen ein. Rufier. Lavetzi. Lavetzi können dann auch vielleicht veralten. Rufier. Mann, Leute. Kein Spieler, der irgendwas wert ist. Haben wir gezogen. Keinen Spieler, der irgendwas wert ist. Wie gesagt. Aber. Und Gündogan. Ich habe ja auch schon wieder Weinfeller. Ähm. Wie gesagt. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Ob ich halt eine neue Serie mit Luis Suarez machen soll. Also. Ich hätte da schon ein paar Ideen. Ihr könnt ja mal auch eure Ideen in die Kommentare schreiben. Vielleicht nicht mit Suarez. Vielleicht irgendeine andere Serienidee. Würde mich sehr interessieren. Und wir öffnen jetzt hier das letzte Mega Pack. Und danach ziehen wir noch zwei, drei Gold Premium Packs. Vielleicht ziehen wir da was besseres an. Wir ziehen. Thomas Müller. Ich habe gedacht wir ziehen. Ja. Irgendeinen geilen von Bayern. Habe ich nur gesehen. Aber. Das sind das hier. Zucci von Basel. Da könnte man auch mal ein schönes Squad Builder machen. Schönes Silber Squad Builder. Weil 76 Tempo als Innenverteidiger. Gering hoch. Also der geht denke ich mal schon ab. Ähm. Ähm. Müller behalten uns mal im Verein. De Bruyne. Upgrade auch. So. Mannschaftsfitnesskarten immer nice. Natürlich haben wir. Richtig. Richtig viel Minus gemacht. Aber vielleicht öffnet. Oder ziehen wir jetzt in den Gold Premium Packs. Noch ein CR7 oder sowas. Aber ich denke mal eher nicht. Vielleicht ein David Alaba im Formen. Das wäre natürlich zu nice. Wir skippen. Und ziehen Tom Starke. Ja Tom Starke. Du bist doch ein. Keine Ahnung was. Mannschaftsfitnesskarte. Verhalten wir uns. Powerhouse auch. Niederlande. Trikot auch. Rest ablegen. Und dann öffnen wir jetzt zwei Packs davon. Alaba auf den Pack. Und wir ziehen jetzt in Alaba. Das habe ich einfach. Das habe ich einfach im Blut. Leute. Wir ziehen jetzt in David Alaba im Formen. Nein. Sieh man nicht. Duordano. Duordano. Wir ziehen hier nicht mal seltene Spieler. Leute. Das ist wirklich. Bisschen traurig. Ist das aber. Was soll's. Was soll's. Ich freue mich ja schon tierisch auf FIFA 16. Weil. Es wird ja von Anfang an diese Brain Price Ranges geben. Diese Spieler. Äh. Hier. Die Preis. Wie nennt man das hier. Die Preiseinschränkungen. Oder wie. Ja. Keine Ahnung was man dazu noch sagen kann. Garay. Von Zenith St. Petersburg. Einfach mal behalten. Ja. Und den Rest können ablegen. Okay. Wir ziehen jetzt doch noch eins. Doch noch ein Pack hier Leute. Ähm. Öffnen. Oder Packs öffnen. Ist einfach ein. Eine Sucht. Wenn man einfach mal ein paar davon zieht. Dann kann man nicht aufhören. Und wir ziehen Juan Marta. Unser. Höchst. Ja. Unser höchst bewerteter Spieler. In diesem Pack opening. Der war nichts wertes. Aber wir behalten uns einfach mal Juan Marta. Den behalten wir uns auch mal. Philippe Andersson. Ja. Und dahinten noch wegbauen. Und die 1000 Münzen lösen wir noch ein. Und dann würde ich sagen. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und zwar hatten wir nichts Gutes in den Packs. Nichts. 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 Und ich wollte euch noch fragen. Wegen ein Rager Match. Um vielleicht. 20 Euro PSN Guthaben. Oder sowas. Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht ist der ein oder andere. Unter euch. Der es machen möchte. Aber eigentlich. Wie gesagt. Schreibt einfach in die Kommentare. Wegen der neuen Serie. Wegen Rager Matches. Und wegen. Irgendwas war es noch. Aber ihr habt es ja mitbekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Euer Packs. Schwerer ist raus. Tschüssi Kowski. Und. Ciao. Tschüssi.